Das Ding bei Rock am Ring Aktuell haben wir Jan Delays Bademantel in einer Maschmaschine. Die ist gleich hinter mir, da hinten links die. Und hängt auch ein großer weißer Zettel davor. Okay, jetzt schauen wir mal, wie der Bademantel aussieht. Wunderbar. Freiband frei. Oh, das knistert aber komisch. Ich hätte da was in der Tasche. Slipknot hat den Vogel abgeschossen, vor vielen Jahren hier bei Rock am Ring. Die kamen von einem anderen Festival. Die Oberrals konnten fast alleine in die Waschmaschine laufen. Was willst du machen? Ich habe sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Danke. Oh, danke, danke. So, jetzt kenne ich deinen Namen wieder. Also, wenn er noch vor ist. Das Ding bei Rock am Ring. Ich war für dich. Ich war für dich. Ich war für dich.